Grenzlos Libori. Unter diesem Motto feiert Paderborn in diesem Jahr das Libori-Fest. Und damit ist auch Zeit für eine neue Ausgabe von Libori TV. Wir sind auf den Spuren des Libori-Festes unterwegs, zeigen einen neuen Hidden Place im Erzbistum und blicken hinter die Kulissen der Domorgel. Das Ganze am Sonntag auf Facebook und YouTube, direkt im Anschluss an das Pontifikalamt. Seien Sie mit dabei, wir freuen uns auf Sie. Untertitelung des ZDF, 2020